Jetzt reicht's! Wir machen sie fertig! Willst du mir nicht was erzählen? Was willst du eigentlich von mir? Ich werde dich bestimmt nicht heiraten. Nach Italien gehe ich auch nicht. Wenn dein Papa wüsste, was du hier machst... Ich hab mit Dorn alles abgesprochen. Du wirst nicht mit den Pippen abhauen. Ich werde dich heiraten. Jetzt wieder heben! Halt die Klappe! Ihr blökt euch wie Kinder! Der Dorn kommt gleich! Halt die Klappe! 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 Wieso? Steht doch im Weg! Maria Scheiße was? Ihr müsst alle da weg, alle da weg Ohne Scheiß, ihr geht dann alle da weg Alle stehen da Wurdest du echt? Ne, 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 ne da dort wurde die 2 und 3 Losenburg wird erledigt nur noch mal bitte Bezirk 2 und 3 Losenburg wird abgeschlossen 2.100 3.700 dann müssen wir noch mal machen Ciao Luizli ich habe so be... jetzt habe ich nichts gemacht, ehrlich ich denke, die haben wirklich nicht mehr was zu machen ich habe super Ergebnisse für dich Bezirk 4, 1,5 Bezirk 5, 1,9 was sagst du dazu? was? das findest du gut? ja, Chef, kann ich auch nicht viel du musst mich erst mal austreten ich habe super Ergebnisse ich habe nicht viel gemacht, wie ich mach ich hab von alleine gelacht ich hab... 1,3 und 1,9 was? das nennst du gut? das ist ja die Hälfte schläfst du bei der Arbeit schläfst du bei der Arbeit? ja aber was macht denn da der... ja, Chef was machst du für eine Arbeit? ja, Chef, was kann ich machen? schläfst du? nein brauchst du oder? nein, nein, nein na ich bin vorges... ich habe super Nachrichten für dich er geht es nicht er geht es nicht er geht es nicht es ist aber super ne siehst du das? er geht es nicht was? das ist die Hälfte? schläfst du? er hat nie... was? das ist die Hälfte? schläfst du? nein brauchst du Urlaub? nein was ist die Hälfte? schläfst du? nein brauchst du Urlaub? nein, nein, nein verbiss dich ey, was soll das? ey, hör auf ey 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 das sieht relativ albern aus wie die mit der Waffe läuft ey, das passt überhaupt nicht was ist los? willst du mit ihm abbauen? oder was? ich weiß alles bescheid kommt jetzt mit was machst du? knack ich weiß alles bescheid verdammt ich weiß alles bescheid was ist los? soll ich mit ihm abbauen? oder was? ich weiß alles bescheid dein Vater weiß auch schon alles komm alles bescheid kommt jetzt mit dein Vater weiß jetzt auch alles ey, Finger weg Achtung, leise bitte sorry, ich darf lachen wie ist das passiert? ich hab mal einen Schritt vergessen jetzt reicht's wir machen nein was willst du hier? ich will dir nur was sagen was willst du hier? ich will dir nur was sagen komm schnell, was willst du? die Tochter von deinem Chef mach schnell, ich hab keine Zeit die Tochter von nochmal, einfach anfangen die Tochter hab ich gesagt warum sagst du mir das? ich kann dir noch viel mehr sagen ich kann dir noch viel mehr sagen ey, sie werden wirklich von mir ab weiter ich mache von mir ok ich weiß wo die sich treffen wo ist das geht? das geht Dorn Verleih mit dir den Tag doch noch mal nochmal warte nein alles in Ordnung? nein nein das ist falsch ok bro du weißt alles ok was machst du? das geht nicht wie immer wie immer prob es selber prob es selber prob es selber ey mhm ist gut gleiche gleiche äh mhm ist gut gleiche Menge gleiche Kondition ist die Qualität wie immer könnt ihr liefern jederzeit ist die Qualität gut Qualität wie immer warte und setz dich stube gleiche Ort gleiche Kondition selbe Ort selbe Ort selbe Ort Kondition 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 Halt die Klappe ihr bennehmt euch die Kinder der Dom kommt gleich jetzt hab ich ihn zu früh und guckt renn rüber ich geb dir Deckung ja nochmal ja nochmal ich will mich hier gar nicht schlippen oh Allah wie der geflohen ist sie stand im Weg stop liegen beim au vorrangiger soziale Engagement verleiht die Stadt Felber Dom Fareszilone die goldene Nadel am Band herzlichen Glückwunsch danke